Ach fuck, jetzt hab ich wieder vergessen nach Paleto zu ballern, alter Ich wollte mir doch die Bank da angucken Ich kann keine Musik abspielen, ne? Bliit Egal Hallo Hi Ich stupse mal Johnny an, vielleicht hat der nur Lust Ich glaube die spielen da oben gerade irgendwas Was denn? Man weiß das nicht Willkommen Hi Hi Herzlich willkommen Herzlich willkommen Herzlich willkommen Man, jetzt kann ich nicht mal mehr Musik bei Dings abspielen Johnny, machst du mit? Geister 1, 2 Runden noch? Ich bin gerade in den Valorant-Dingenden drin Ja, dann mach halt für Alter 4 und mach so Internet weg Ich bin da oben bei denen Achso, dann merken die nicht Dann waren die vom Teamsweek Aber das dauert nicht mehr lang, ich bin zum gleich durch Also ich werde dabei Das heißt nicht mehr lang Ähm Maximal 5 bis 10 Minuten Okay Ich dachte, Mila muss pennen Ja, ich dachte auch, dass Mila schlafen geht Aber die ist ein 1, 2 Ründchen dabei Oder Mila? Ja, fuck sleep Ja, fuck sleep Team no sleep, alter Ja, und fuck die Geister Ja, fuck die Geister Geht nicht Ja, Multipass 1, 2 Ründchen noch So vom Abschluss Boah, ich hasse die Stille, ne? Ich will Musik anmachen Juhu Einer von euch Der Kidboy will ein Küsschen von dir, Lucky Wer? Mila, schon auf schwitzen Bisschen nicht Aber jetzt können wir das einfach mal klären Mila, hast du Twitch? Nein Streamst du vielleicht irgendwann mal? Ja, aber ich streame nicht Vielleicht irgendwann mal? Boah, weiß nicht Ich denke nicht Wien der Geister? Ach so, ja, Tyrese wird Summe machen Stimmt, ich habe dich ganz vergessen Ah, schon doch Dann geh mal hoch, Tyrese Und sag dem Johnny, dass wir 1, 2 Runden mit dem machen Also der muss dich nicht beeilen Vielleicht machen wir dann auch 3 Runden mit Johnny 9 Bitte Ja Muss man sich jetzt die rechte Kaufende Musik abzuspielen? Ja Alles Aber es gibt auch Soundtrack Bei Twitch Das ist eigentlich Lizenzfreie Musik Aber da haben die irgendwie Irgendwie gibt es da ein Problem Das hat der Max mir vorhin geschickt Da gibt es irgendwelche Lieder Wo man nicht die Dings für hat Die rechte So, dann starte ich mal Die andere Pommes hier Kann man frei reden Oder sind sie noch am streamen? Ich bin noch am streamen Ah, okay Bei Phasmophobia Kann wieder ein Update Soll ich das machen? Ähm, äh, ja Aber mach auf die Beta Ja, hab ich das letzte Mal schon gemacht Ach so, ja Dann kannst du euch aktualisieren Ja, ja, ja Mach das ruhig Ach so, ihr spielt auf Beta Phasmophobia Ja, aber das ist nur 4, 4, 4 CMB Das ist kein Problem für mich Das geht fix Oh, ich hab Hunger Wieder nichts vergessen, oder was? Oh, ich hab gegessen heute Aber ich hab trotzdem Hunger Was gab er denn gut ist? Du hast schon zweimal gesagt Du gehst essen Ja, ich hab einmal Dings gegessen Das war mein Frühstück Und einmal Mittag Was gab's? Chicken Nuggies Und Spinat Geil Kannst du nicht eigentlich Diese Free Copyright Musik auf YouTube Doch, könnte ich Das Problem ist Dass ich mir nicht sicher bin Ob die wirklich Copyright Free ist Und meistens sind die Lieder da Nicht gut Na, ist die O Wahrscheinlich nicht Du, 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 du Du So Ähm Bitteschön Ja, danke schön Aber ich muss noch starten Warte Ich lade gerade noch runter Beziehungsweise sehr intakt Ähm, hm, hm, hm Ja, wo hab ich 700 Dollar her? Oh, die hab ich dir gegeben Deine Augen sehen gut aus Wie toll sind solche Lizenzen denn? Also die Universal Lizenz Da gibt es eine, die kostet 60 Euro im Monat Ich weiß aber nicht, ob die für einen Stream geeignet ist Ob man damit streamen darf Du hast echt schöne Zähne, Mila Also überhaupt gar kein Karies oder so Keine Löcher, nix Ja, geil Ey, hier sind zwei Bälle Habe ich dir schon gesagt, wie das Kurz-Effekt funktioniert Ich glaube, das muss man, wenn der Geist kommt, hinschmeißen, ne? Nein, du musst das dahin werfen, wo du glaubst, dass der Geist angreift Also aus welcher Richtung? Und zwar also quasi direkt Du wirst es einfach in den Raum rein Aber ich habe gerade mal eine ganz andere Frage Warum höre ich dich nicht im Spiel und in Terrence auch nicht? Ich rede nicht im Spiel Hallo, hallo, hallo Okay Lucky? Ja, bitte Okay Mila? Ja, ja Okay Habt ihr Push-to-Talk, oder was? Mhm Ja Echt nicht Da weg ist mein Ball Da mühle ich manchmal in dem TS Jijijij Schlaf gut, Wizard Oh, ich habe eine Katze gehört Na, 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 alte Knappe Ist das bei euch oder ist das jetzt bei mir? Das ist von Lucky, die Katze Drei auch gerade nicht Okay, ready Haben wir eine gute Map? Wir haben Edgefield Street House, weil ich dachte, du findest diese neueren Häuser bruseliger Auf Profi Okay Ich habe eine 2080 Ti Habibi Alpino, manche gucken über das Handy, die können da nicht runterstehen Bagheera macht Haya Aber von Lucky, die stinke Katze nicht Kettgeist erjagt Hi Ich bin's Na, bist du öfters hier? Ja, du? Sollen wir uns grüßen, bevor die anderen da sind? Okay Setz dich mal hin Setz dich mal hin Guck nach hinten Nein, mit dem Rücken zu mir Ah, jawoll Nein, mit dem jetzt, guck nach hinten Und jetzt Spiderman-Kuss, Junge Bitti, Baka Willst du die 38-Zahlen? Ja, irgendwann machen wir nächstes Jahr Warum auch nicht für den Preis und die Leistung Lucky, wir haben nichts gemacht hier, ne? Ach ja Oh, kommst du mit Kussi? Good luck Ich krieg die Get up, get up Hi Ich nehm Fotokamera mit Wir brauchen, wir brauchen Bewegungssensor Mark Brown Der reagiert nur auf Leute, die alleine sind, ne? Find's nicht Ja, aus Personen, die alleine sind Wir brauchen ein Foto, den Raum unter 10 Grad Ja, und Bewegungssensor, kann ich mitnehmen Wo sind der? Ich hab den Bewegungssensor Achso Ich nehm, ne, ich nehm nicht das Radio, das will ich nicht Ich hab Angst davor Du nimmst jetzt das Radio Nein Doch Dann nimm ne Videokamera mit Ich hab die Fotokamera Ja, ich nehm Videokamera mit Oder haben wir schon eine? Wir können auch noch eine nehmen Der eine reicht Aber pack die auf Stativ Pack die auf Stativ und nimm damit Oh mein Gott, Alter Boah, wenn man hier in den Bunker reinguckt, ne? Ich hab die Autos, dass wir hier nicht reichen Hier Ich hab ein Knochen hier Ja, wo? Äh, noch keine Garage Nö Wo ist'n der? Ach da Ich muss mir eben kurz Fenster zu machen Kurz zum Handschuh Hier oben läuft Wasser Hier ist auch kalt, oben Oh Gott Schmutziges Wasser, bitte an und fotografieren Oh Ich nehm erst, das ist ja noch nicht Seit dem Keller Nähe Nähe oben Ich komm, jetzt hier einfach Ich hör mal die Geister 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 Kann einer noch das Buch? Ich komme nach unten. Jetzt. Wir haben Gefriertemperatur. Wo? Ich fadet. In welchem Badezimmer? Oben. Hier oben. Du musst länger funken, bitte. Oben. Das Badezimmer oben. Oben. Wie viel, Katti? Bist du hier, Martha? Gib mir ein Zeichen. Verdammt, ich habe gepackst. Ich kann mich da an. Geh mal raus, bitte. Hallo. Haha. Gut. Geh mal nach Geister. Ich habe mir noch ein bisschen. Was schloss denn dieses Geräusch zu sehr? Was für ein Geräusch? Oh, nein, 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 nein. Hau, nein, nein. Du Hurenzimmer. Mistgefickt. Richtig. Frank, Tür, zu. Ich bleib jetzt da drin. Ich bleib jetzt da drin. Stopp. Oh, oh. Oh, da drin. Vielen Dank. Take the keeper. Ich komme nicht mehr in diese scheiß Geisterbox dran. Welche Geisterbox? Ich kann es nicht verstehen. Du kannst es vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist los? Okay, ich habe ihn gesehen. Er war genau vorhin. Wo? Keine Fingerabdrücke bisher. Der war hier am Schrank. Am Schrank? Im. Ich habe nach Geisteroptik. Guck nach mir hier aus. Nein. Bewegung, ich will doch einmal ausschauen. Oh, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Hab Foto, hab Foto, hab Foto. Ja, was geschafft. Ja, was geschafft. EMS nur auf 5. EMS auf 5, hast du gesagt, oder was? Nein, nur auf 4 und nicht zum Geisterbuch. Wo? Deine Mutter, du Huren, so... Nein! Nein! Erdkette. Äh, wie sieht's denn mit unserer Sanity aus? Ich wollte gerade sagen, der Haus war bis auf 5 Prozent. Du Scheiße, Alter. Ach, sorry übrigens für die Ausdrücke in der Erfache. Ich weiß in dem Moment echt nicht, was ich sag. Hehehe. Hello! Fuck! ... ... ... ... Genau, Vater. O.O.C's all good, man. ... ... Schlaf gut, Pascal. Einen Fingerabdruck hab ich auch keine gesehen, ich muss da oben noch mal im Bau gucken, Leute. Ja, guck mal, guck mal, mach mal, wenn ich geh guck. Ich hasse, aber ich liebe dieses Spiel. Das ist echt. Oh, er hat gut gemacht. Jetzt diese bedrückende Stimme, wenn man dieses Haus betritt. Ich spiel grad die Beta, doch. Oh mein Gott. Nicht anordnen. Reden. Reden. Schreib ins Buch. Ja, ja, Asylum haben wir auch schon gespielt. Irgendwelche Fingerabdrücke oder sowas? Ähm, das ist ja nicht, EMF geht auch nur auf, äh, auf 4. Die Aktivität war gerade kurz auf 10 hoch. Der ist da. Sollte doch kommen. Ich hab keine. Geh denn mit ihm. Bist du? Er hat geredet. Er hat in der Geisterbox geredet. Schreib ins Buch. Motherfacker. Okay, das reicht aber noch nicht. Ne, ich seh keine Türen. Aber es ist wenigstens schon mal älter. Da läuft Wasser. Ich bin selbst tot und hab Schiss, ne? Ohne Witz. Wir spielen halt übrigens mal die Tage irgendwann mal mit Dexus auch. Der ist nämlich ein richtiger Schisser. Haben wir uns schon verabredet. Ich hab' mich grad von meinem eigenen Schritt erschreckt. Ich hab' mich grad von meinem eigenen Schritt erschreckt. Ja, 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 Braid. Ja, ja, Braid. Ja, ja, Braid. Braid hat er. Der wollte im Support gehen und nachfragen, ob der nachreichen kann. Weil die Regeln ja alle fein waren. Ja, in dem Spiel geht er da raus. Wat? Ja, Loco finde ich auch, man sollte so Gegenstände werfen können und so. Oder Sounds abspielen wir auch, nice. Wir sehen den Frager gleich, weil ich den fotografiert hab. Den kann ich euch zeigen. Oh mein Gott. Heizmaufl. Jetzt, sie jagt er. Wo ist der? Da ist er. Los, hol dir Mila. Hol dir Mila. Mark Brown. Hol sie dir. Du ein hässlinger Fraggle, Junge. Schluck runter, hör aufs zu googeln, du Affe. Der ist aber ziemlich aggressiv. Boah, der ist aber ziemlich aggressiv. Nein! Tschüss, Lucky. Okay, Lucky. Rest in Peace. Wiggle, wiggle, wiggle. Der ist so spannend, Alter. Ich hab irgendwas an meinem Popcorn. Der Fug. Weg, 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 weg. Hä? Okay, alles gut, alles gut. Wen hat denn der getötet? Der hat den Fug geschrieben. Ach so, Lucky ist tot. Okay, raus, raus. Hat den Fug geschrieben, ich komme. Das ist ein Dämon. Ein Dämon. Ja, ein Dämon. Der Fug. Ach, das bin ich. Oh. Wir haben Lucky verloren. Ja, kein Scheiß. Ich hab nichts reingehört. Das war so krass. Aber okay, jetzt ist das Dämon. Wir haben alle Aufgaben. Das ist ein Tor. Dann haben wir mal Atem. Leck mich am Arsch, Alter. Oh Gott. Der hat mich so gefickt, Alter. Das hat nicht funktioniert. Der hat mich so gefickt, Alter. Der hat mich so gefickt, Alter. Der hat mich so gefickt, Alter. Das war so crazy. Das war das so crazy. Ich hab das wirklich so erschrocken. Der war richtig aggressiv, ne? Ja, übel. Boah, hat der mich schon aus dem Leben genommen. Hey, Lucky hat mit den Füßen, Bruder. Das wollte ich Mila zeigen und dann hat der Geist angegriffen. Ich habe leider keine Nahaufnahme bekommen. Dieser miese Motherfucker. Okay, wer muss jetzt nicht sitzen? Ich nicht. Aber das ist der Einzige, der aufrufen kann. Okay. Also muss er das machen. Nehmen wir mal den Boden aus. Boah, 440 Körbel sind hoch. Der Sinn von dem Spiel ist, dass du Geisterjäger bist. Du gehst in ein Haus, wo du verfluchtest. Du musst rausfinden, was für ein Geist da rumspuckt. Du musst verschiedene Sachen machen. Ob der in das Buch schreibt, ob der mit dir anfängt zu reden. Und manchmal jagt der dich dann noch. Wie gerade. Und wenn du die Steuerung drauf hast und dich wirklich nur auf das Game konzentrierst mit dem Sound und so und der Wixer kommt einfach aus dem Nix, Alter, und fick dich. Dann erschreckst du dich. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also. Ne, es gibt verschiedene Maps. Und verschiedene Geister. Die einen sind aggressiv, die anderen nicht. Auch ein Pixel. Kannst du mal Spider-Man sein für das? Hä? Oh ja. Oh, oh. Aha. Spider-Man-Kuss, ja? Ja, ja, ja. Das Pizze. Mila! Haha. Hallo. Was hat er gesagt? Hat du sch... Hat nichts gesagt. Dichst du's gemacht? Was hat er gemacht? Linda White. Ja, auf Gruppen. Foto vom Geist. Ich hab Kamera dabei. Ähm, ähm, ähm. Du auch. Ich hasse dieses Ding, älter. Ich hab... ...und Tagebuch. Ich hab... ...gibt's... ...also Termometer und... Äh, äh... Was hab ich hier in der Hand? Was ist das? Das wird eben... Ach, eben, erfasst du schon. Du kannst doch so'n Bewegungssensor mitnehmen. Oh. Vielleicht. Und... ...ne Fotoknipskamera. Hab ich. Oh, das schöne Haus wieder. Linda... Linda White. Ich sag dir, das ist ein schönes Haus. Oh mein Gott, schon wieder dieses... ...Kaus. Die stürfte erstmal wieder rein. Hä? Die Irre. Äh, jetzt gerade auf Anfänger, weil Therese die Map aus dem E-Mail-Muster. Der Anfänger. Ihr seid selber anfänglich, Peter. Ich hab Teddy gepfunden. Wer hat den auf dem Flur geschmissen? Oh, was geht denn? Da ist nicht. Ja, das dritte hatten wir schon. Ich hab schon alles. Oh mein Gott. Du musst dich... Du musst dich dran. Nicht gut. Nicht gut. Ah. Hier, hier drin, bitte? Ja, E-Mail-F5 ist gerade aufgegangen, ne? Ah. Das haben wir schon. Welcher Raum? Ich glaub, wir können noch auf Gefriertemperaturen kommen. Das war gerade auf Null. Nicht gut. Mach den Scheiß aus, Alter. Gefriertemperatur. Ist kalt, ja? Mach bitte den Scheiß aus. Kalter Geist. Nehmen wir erstmal die auch gemacht. Verschulender Geist. Ja, gute Idee. Unterstütz dich seelisch und auch körperlich. Hau ab. Du bist ein Schisser. Nimmt jemand die Fotokamera mit? Ich hab eine. Wo seid ihr? Fotokamera oder Videokamera? Ich hab Fotokamera. Warum hast du keine Videokamera aufgestellt? Ja, nehm ich mit. Video. Dann kommen wieder... Bewegungs-Mailer wurde ausgelöst. Du bist. Du, 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 du. Du, 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 du. Eine von uns. Damn! Das hast du nicht schon wieder gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ja, Bewegungs-Mailer. Ja, wir sind jetzt in einem Raum drin. Bist du hier? Ja, ne, da vorbeulter ausgelöst. Direkt bevor ihr reingangt. Alter, willst du mich prillen? Lehne da. Geh mal weg. Kann man die hinstellen? Nein. Bitte sei nicht in der Ecke. Bitte sei nicht in der Ecke. Oh mein Gott. Der Wecker ist angegangen. Wacht. Wacht. Das ist relativ hell. Wenn er das Licht nochmal ausmachen könnte, dem Raum... Licht ist aus. Das Licht ist aus. Okay, das glänzt trotzdem nicht. Aber ich glaube, ich den... Ich guck nochmal genauer. Oh nein, nein, nein. Bei mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann sie. Sie ist ein Musik, guys. Ich hab die nicht erwischt mit dem Fotokamera, ne? Also die ist verschwunden, als ich fotografiert hab. Okay, könnte ein Phantom sein, dann. Ja, wir müssen ein Phantom haben. Machen Sie die Phantom, geistig wurde, äh, ist ausgekaut. Das ist ein Vibrator. Das war, äh, im Radio. Äh, die Orbs. Schnell raus hier. Wir sind fertig. Achso, Orbs. Ja. Ja, war ein Phantom. Das war ich, du Loser, guys. Mila. Ja? Guck mal. Ja? Hä? Mach ich Foto, tu ich Facebook. Nee. Doof. Ja, komm, ich mach ein Foto von euch. Bewegungsmelder wieder ausgelöst. Ja, ihr müsst zusammenstehen. Wann zum Teufel, ey? Okay. Hab ich. Ja, okay, das war easy. Let's fuck. Schon wieder Bewegungsmelder. Easy peasy. Ha. Loser, guys. Loser, guys. Ja, das war echt einfach. Loser, guys. 60 Dollar, nur. Ja, wir haben nicht nach den Knochen gesucht, ne? 60 Dollar. Wir haben nach keinen Knochen gesucht, man. Ich hab auch keinen gesehen, unten. Ich hab einen Knochen gesucht, man heißt nur fortgeschüttet und bravo. Ich hab einen Knochen gesucht. Ich hab einen Knochen gesucht. Hä? Ja, was sonst? Ja, was sonst? Man sieht mich da gar nicht drauf. Wie? Was soll passiert sein, Johnny? Willst du eine Runde mitspielen? Dann lass den Johnny für mich spielen. Okay. Dann verpiss dich. Und zapp bitte rein. Ich brauch Geld. Dankeschön. Ich hab Platz. Johnny, ich hab Platz für dich gemacht. Gut. Was soll's denn? 41 habe ich, so alt bist du. Ich bin nicht Carlos, der ist immer noch Küche aufbauen, da ist Pfefferspray, verpiss dich. Du sprichst dir da selber in die Augen, Idiot. Wo bleibt Johnny? Ab in deinen Schrank, dreckiger Mogel. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Was ist mit Johnny? Was ist mit Johnny? Lucky, komm her. Siehst du das Bild? Ich will nicht. Fünf Euro. Das sind immer andere. Nee. Fünf Euro, okay? Fünf? Drei. Was mit... Verkaufst du meine Arten? Ich nehm dir. Ich wollte streichen. Streichen? Glaubst du nicht? Ja, wir haben hier Sky Blue. Ja. Mach dein Auge gleich Sky Blue. Kommt 2,50. Die holt schon wieder den Pfefferspray. Du musst lieber die Schaufel nehmen, sich zu verteidigen. Welche Schaufel? Oh. Na die hinten. Die kann ich nämlich... War das mit Johnny? Wann kommt der? Der JFK ist so groß, weil er denn ins Kinder hat. Deine Knie sind ganz komisch, Bruder. Hm? What are those? 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 Was machst du? Ja. Putzi, putzi, Mila. Putzi, putzi. Genau. Verpiss dich, Gollum. Verpiss dich, Gollum. Du bleibst in deinem... Du bleibst jetzt in deinem Schrank. Du bleibst in deinem Schrank, Gollum. Aber dein Schrank hier. Du bleibst in deinem Schrank hier. Ruhe! JfK, der Shorty meint, du könntest dir selber ein Abschmatzen. Du sollst dich vorbeugen. Wow. Was ist mit dem Shorty? Der Shorty ist immer fröhlich, weil wenn der über die Wiese randt, kitzelt er dann Eier. Weil der so klein ist. Tröhl. Der Shorty kriegt beim Metzger auch immer ein Stück Fleischwurst. Hält die Metzgerfrau immer hin. Hier für den Kleen. Bärchenwurst. Johnny sagt irgendwas, aber ich hab ihn nicht verstanden. Johnny, was sagst du? Der findet den Server nicht. Wir müssen einen neuen Server aufmachen. Neue Spiele aufmachen. Warum? Amila, do your work. Wie geht dat? Weil er den hier nicht findet. Ja, dann schick Code neu. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ah, es gibt Daily-Questen? Das ist aber cool. Naja, der Shorty weiß, dass das nur Spaß ist. Bisschen Nasenspray, dann läuft er wieder. Ich habe eine Liste von anderen Hunters asking for help. Ja, ja. Haben wir eigentlich schon mal mit Johnny gespielt? Haben wir schon mal mit Johnny gespielt? Johnny kriegt da nicht hin. Warum? Ich habe schon einmal mit Johnny gespielt. Der sagt, Game does not exist. Kommt bei dem. Ja, der hat doch einen neuen Code bekommen. Äh, hat der auf Beta. Der muss auf Beta stellen. Ah, hast du auf Beta gestellt? Hat das funktioniert? Wirklich? Steht doch auch ein Team. Hm, wir kommen alle rein. Je, je, mach mal Game. Schönes Haus, ne? Ja, wollen wir das kaufen? Ich muss erst überlegen, wo ich meine Tomaten so anpflanze. Vielleicht da. Ja, hier vorne. Wo? Ja, hier so. Sieht schon muckelig aus. Ja. Dann warum machen wir einen Lacken? Dann guck mal, dann stehe ich da oben. Hallo. Sollen wir rummachen? Ich stehe denn da oben. Wo? Ja, ja, klar, komm. Wo? Da oben am Fenster. Da? Und dann winke ich immer raus. In meinem weißen, kaputten Kleid. Mit meiner viel zu hellen Hand. Guck mal, der Lack ist im Handschuhfach. Und, siehst du, war denn eine Tonne? Sneaky Schlafgute. Wir warten nur noch auf den Johnny. Da kommt doch nur ein Johnny-Daisy-Map, ne? Sollen wir's tun mal Daisy spielen? Ja, ich sag das jedes Mal. Lad ihr das runter und dann heißt so. Hab ich noch nicht runtergeladen. Hab ich noch nicht runtergeladen. Weißt, der Chat hat noch das letzte Mal, wo ich gesagt hab, könntest du das runtergeladen? Ich hab nicht gemutet, die können sich nicht hören. Mach ich morgen? Aha. Kannst du nicht? Oh, wie dann braucht der Idiot denn? Das Ding ist 44 B groß. Boah. Ja, der hat anscheinend schon Beta drinnen, aber das funktioniert nicht. Das Game wird nicht gefunden. Ja, genau. Nur wieder bei dem. Ja. Wie legst du das denn da oben drauf? Ah. Die musst du einfach draufwerfen. Und wenn man unten nimmt und ganz schön hochwirft? Meine Kante noch hoch. Johnny macht jetzt mal so eine Lobby auf und dann gehen wir da mal rein. Achso, okay. Ja, ja. Mila? Ja, das Spiel existiert nicht von Johnny. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Da musst du Tyrese halt mitspielen. Du solltest kontrollieren, ob du EU-Server in der Liste eingestellt hast. Ja, 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 ja. Welche Server-Version hast du? Ähm, wo steht das? Also, wenn ich jetzt joinen möchte, 0.176.25. Äh, bei mir ist das Spiel nicht da. 0. was? 0.176.25. Hab ich auch. Bist du auf EU? Ja. Okay. Dann mach einfach, lass einfach nur mal, lass drei Lobbys erstellen und Johnny joint alle nacheinander, bis der ein Game hat. Ach, scheiß, doch, lass Tyrese einfach mitspielen. Das wird nicht funktionieren. Wenn keiner von euch bei mir reinkommt, dann werde ich auch bei keinem von euch reinkommen. Ja, Mr. D. Guy. Ja, wird nix bringen, keine Ahnung. Ja, dann, dann kommt er. Ich hab einfach nochmal eine geschickt. Versuch mal. Versuch einfach, ja, oder so. Ähm, spielen, privatspiel, beitreten. Versuch mal irgendeine von uns jetzt. 2, 3. Ja, nicht vorlesen, bitte. Ja, Lucky bin ich dann. Okay, dann gehen wir zu Lucky rein. Kommen Sie, kommen Sie. Ihr seid so anstrengend. VioW an, VioW aus, VioW an, VioW aus. Gummindi hier, gummindi, guck in die. Hallo? Hallo? Hast du ein Diggensäck? Mach die Keeper aus. Halt die Schnauze. Ich rauch hier ein paar, wenn man vernichten will. Ja, schau die ganzen auf, Lime. Let's go. Wir testen jetzt, ob du ein Geist bist, Johnny. Komm her. Erb ist durchgeflogen. Sollen wir direkt starten? Ich mach einfach Türo zu, ne? Wie? Ich sag's dir. Nein, mach nicht wieder Türo zu, Alter. Du bist so ein Dreckiger, wenn du das machst. Ich schwöre bei Gott. Ich dachte, ich bin dein Bruder, Alter. All die ganzen Geheimnisse, die wir miteinander haben, die ich von dir erfahren hab, alles hab ich... Ja, die kannst du dann wenigstens mit im Grab nehmen. Nee, nee. Dann kann die keiner mehr erzählen. Wenn du nur einmal die Tür zumachst, Kollege, dann sag ich dich das. Da werf ich aber mit dir schlappen. Besser du als ich. Okay, warte ab. Ich mach jetzt gleich mit dir, was ich mit dem. Nein. Oh doch. Warte ab. Ich nehm EMF-Gerät mit. Ich hab ein Demometer. Ach, der John Johnson. Ja, alleine. Bewegungssensor brauchen wir. Cuci-Fix brauchen wir. Und Bewegungssensor, ne? Hier, Vigo. Nehmt euch mal so Kameras hier mit. Ja, 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 ja. Hier, Cop-Kamera. Cop-Killer, Cop-Killer. Kamera. Cop-Killer, Kamera. Angenehmer 20 Grad. Gehörn ist dein Arsch, hat 14 Grad. Danke. Der ist heiß. Bitte. Ich hab hier einen Knochen. Ein Foto. Ja, ich darf fotografieren. Ja, danke. Dann kannst du ihn auch mitnehmen, wenn du ein Foto gemacht hast, ne? Wie, den kann man mitnehmen? Ja, klar, den musst du wohl mitnehmen. Siehst du aus, den Hund? Ja, da kriegst du, glaube ich, Punkt. Dann gib mein Geld, krieg ich mein Geld für, ne? Okay. Äh, ich hab was gefunden. Wo? Wo denn? Komm, hoch. Halt die Schnauze, Tür. Ich box dich weg. Ähm, wenn du hier reingehst, und in den Thermometer reingehst, gibt es gerade 7,6 Grad zwischendurch. Ja, hier ist 8 Grad, 7 Grad. Das ist der Raum. Hier ist kalt, 6 Grad. Kann ich nur dieses EMF-Gerät hier hinlegen? Ja, ne? Ja. Kannst du einfach irgendwo dahin vorstellen. Hab da ne Videokamera dabei? Ich hole die jetzt eben. Ähm, soll ich noch so eine Geisterbox mitnehmen? Wir brauchen einen Kruzifix. Ja, ich komm. Jetzt mal ein Bier, Mulder. Willst du ein Bier, Bruder? Ja. Kein Bier vor vier. Was wollte ich jetzt nochmal, was wollte ich nochmal holen? Kruzifix, sollst du... Ähm, ein Boot brauchen wir ab... Ich hab jetzt eine Geisterbox mitgenommen, ohne Kamera. Ach so, du hast vier. Fingerabdrücke. Ehm, hier ist, ähm, Gefriertemperaturen. Er hat im Buch eingeschrieben. Geht aber los. Geisterbuch und, ähm, wer ist das hier, Björn? Gefriertemperaturen. Hinter der Kamera ist immer gut. Der Bomfer war auch hier. Guck mal, da rechts. Wohan siehst du? Der Teddy. Der Teddy. Oh, warte mal. EMF schlägt aus. EMF schlägt aus. Äh, drei nur. Nur drei. Johnny, bleibst du bitte hier? Ne, ne, du machst das schon. Der wollte die Tür zumachen. Ich hab ein Geister aufgesehen. Ja, dann haben wir alles. Ja, dann haben wir, da haben wir alle Dinge. Geht die Temperaturen, bohren, Geister auf. Das ist der Juri. Das ist ein Juri. Ja, Juri. Hotel Moskau. Ja, wir müssen eben nur mit dem Kuzifix packen, ne? Ja, bewegen Sie, so hat schon gekümmt. Ähm, Kuzifix ist noch her. Das stimmt. Ja. Mila, willst du das machen? Ja, okay. Natürlich begleite ich dich, ne, die Dame? Hier, hey, wo bist du? Hast du ein Kuzifix? Ich dachte, ihr habt das schon da reingeworfen. Was hast du? Ich dachte, ihr habt das schon da reingeworfen. Ne, das liegt da unten. Ja, da unten ist das super. Hast du? Ja. Soll ich das reinwerfen? Ich hab's reingeworfen. Ah, ich werfe meins auch rein. Ich schütze ihn mal. Oh mein, warte, 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 warte. John, John. Johnson, John, Johnson, John. Viel Spaß, Mila. Ich mach das wieder auf. Der hat die Tür aufgemacht. Willa, 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 Willa. Willa, Willa. Oh, ein bisschen. Könnt ihr die mit Fotokamera holen? Ich hab ne Kamera. Ah, okay. Wo ist der? Komm raus da jetzt. Mach die Tür zu, ja. Sorry. Rede mit dem. Nee, geht der nur alleine? Ja, nur alleine. Noch für den Bomber hier. Nee, das antworten nur. Das war egal. Nein, die Tür bleibt zu, böse Geist. John, Johnson, Japan, Johnson, es kommt zu mir. Zeig dir. Lass dich, ich hab Angst. Ich hab keine Angst. Wenn ich will, ich hab's hier. Dann schreit den hier so rum. Das ist doch ein Gäppchen hier. Ja, Alter. Ja, Alter. Halt die Klappe, John. Komm jetzt. Dicken. Hey, wir haben Bier einschütteln, oder was? Bomber, das ist für dich. Schmeiß rein in den Raum. Das ist jetzt schon wieder aus, ne? Oh, ich hab Brudepuppe. Hier, guck mal, Lann. Guck mal. Da wurde ein Brudepuppe. Oh, cool. Die kann man benutzen, ne? Irgendwie um den Geist zu finden. Misch mal's rein. Ich weiß, wie das noch funktioniert. Ja, das ist ne Brudepuppe. Hey, du hast deinen Schuh verloren. Da Vinci sitzt am Stöpsel. Hier, ist noch ein Schuh. Hier, Mila, falls du duschen willst. Hier gibt's ja auch mal was für eine Rasur hier. Ich will dich nicht mehr sehen, wenn das Grützefix verschillen ist. Rasier dich. Ich will dich nicht mehr sehen, schauzen. Hier. Hier. Ich will dich nicht mehr sehen, schauzen. Wer will nicht jagen? Ja, würde ich auch nicht, wenn das Idiot vor der Tür steht. Oh, komm mal, hinten rollt ein Ball. Wo kommt der her? Oh mein Gott. Puh, das ist ein Wohin. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Töten wir. Die ist krank. Wir stehen quasi unter Mistelzweigchen. Komm, komm Lucky. Ich wette der Bomber wird das für den Fünfer befressen. Der wird das ablecken, ja. Mach uns nicht das Licht an. Wer hat das angemacht? Ich nicht. War ich da? Die ärgert den Geist schon ein bisschen, ne? Johnny ist rausgeflogen. Hatte mir grad über Meta-Gaming gemacht. Ah, okay. Wow, das darf man gar nicht. Wollen wir dann abbrechen einfach? Ja, ja, brech ich mal ab. Wollen wir wetten, dass er uns angreift, wenn wir rausgehen würden? Und dann sterben wir alle? Ich geh jetzt. Ich geh jetzt, weil ich keine Angst hab vor dir. Weil du ein dummer Penner bist. Genau. Und jetzt vor uns knallt die Tür zu. Und dann sind wir alle tot. Ich glaub, der Johnny hatte Angst. Glaub ich auch. Schlappmeister. 6,5% Algo war er. Ja, ja. Hier, stell ich jetzt. Ich hab' die Aufgabe geschafft. Was? Warte, haben wir alle eingetragen, der Jurij? Ja, ja. Erfolgreich. First try. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Easy. Ohne Verluste. Easy. Ohne Verluste. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ähm, Ende? Ja doch, ich geschlafen. Machen wir Ende, ja? Ja, ja, ich gepenn. Ja, ist schon spät jetzt, ne? Ja, ja, spät. Ich gepenn. Ja, merkst du selber. Nehmens Milders, ich geb Penn. Ich wunsch euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support. Ich guck nochmal eben. Ich schick euch nochmal zum Dexus. Und dann sagt er dem die Tage, spielen wir Geister, okay? Machen wir so. Ich wünsch euch eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Wir sehen uns Donnerstag. Wir sehen uns Donnerstag. Erst wieder. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. 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 Passt doch wohl auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Schüss. Tschüss. Tschüss.